Jaja, was da los? Hey Leute, hier ist wieder der Benni und der Abner von DigiBudys zocken zu einer richtig geilen Map. Wir werden uns heute mit TNT Kanonen wieder versuchen, uns gegenseitig zu zerstören. Und ich würde sagen, wir legen einfach direkt los. Let's go! Ich will auch hier rein. Okay, wir können uns jetzt hier quasi eine Map aussuchen. Es gibt eine Space-Map, eine Castle-Map, eine Plains-Map und eine Jungle-Map. Ich bin für Castle. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Ich bin Team Rot einfach. Team Blau. Oh, nice. So. Oh Gott, okay. Hier finden wir gleich unsere Sachen, die wir drin haben. Ich würde sagen, als Handicap machen wir, dass wir nicht was über unsere Base schütten dürfen, weil das wäre irgendwie zu OP. Ich vermute mal, wir müssen hier durch die Wand schießen und da vorne ist deine Base. Wir sollten uns, haben wir hier, okay. Ich würde sagen, zuerst mal Schleimblöcke geben, weil wir uns entschieden hatten. Erste Runde Schleimblöcke verwendbar. Das heißt, ich gehe mal ganz kurz in Creative Mode. Wie viel geben wir uns? Ein Stack, das sollte reichen, oder? Ja. Ich glaube schon. Wie hoch darf man eigentlich bauen? Ja, wollte ich auch gerade fragen. Ich habe mir gedacht, ich gehe einfach ganz hoch, dann kann man die Kanone nicht zerstört werden. Ja, let's go. Ich fange mal an zu bauen. Mach ich eigentlich. Ja, ich fange auch schon an, aber... Nein, Mann. Nein, Mann. So, meine Kanone kennt man vielleicht. Okay. Haben wir schon mal verwendet, so ähnlich. Ich hoffe mal, ich baue keine Scheiße, Mann. Ich weiß gar nicht, ob das so funktioniert. Nein, ich baue eigentlich einfach komplette Kacke. Das ist ja belastend. Ich glaube, ich werde hart aufs Maul bekommen. Ich hoffe, Mann. Okay. Scheiße, ich habe TNT unten liegen lassen, belastend. Opfer. Hast du welches mitgenommen? Ja. Shit, Mann. Ich hätte schon schießen können. Nee, Mann. Nicht schießen. Doch, doch. Nee. Komm, ich muss was essen. Wo ist denn jetzt der scheiß TNT? Oh Gott. Hier. TNT mitnehmen. Oh Gott. Heißt Blöcke? Immer Blöcke. Okay, schnell wieder hoch. Musst du es noch in die Dispenza reingeben? Ja. Nice. Da kann ich jetzt gleich schießen. Ich hoffe, du wirst zerstört. Oh Gott. Komm. Funktionier. Ich hoffe, dass... Nein, ich zerstöre mich selber. Ich bin so down. Ha, easy. Nice. Deine ganze Kanone ist, glaube ich, down. Meine ganze Kanone ist down. Ich bin so geraggt worden. Das Signal oben ist nicht ausgelöst worden. Ne. Jawohl. Ich hätte es vielleicht gemacht. Du hast halt genau das gleiche gemacht. Stelle weiter bauen, weil wer weiß, ob meine funktioniert. Das ist genau das gleiche. Ich habe keine Ahnung, ob das funktionieren wird. Ich habe Schieß. Ich schieße jetzt einfach. Ja. Warte. Knopf betätigen. Na gut, hat nicht so gut funktioniert. Hat es nicht funktioniert. Ich weiß nicht, wann es funktioniert. Das ist jetzt... Ich schieße nochmal. Oh no. RIP. RIP, Mann. RIP. Nein. Das ist so Karma, Bitch, Mann. Ey, Mann. Ich bin fast gestorben. Ich habe in einem halben Jahr zulebt. Das ist so Karma, Mann. Das ist so Karma. Meine ganze Kanone ist halt weg da oben. Das ist so Karma. Das gehört dir einfach. Dann kann ich hier... Ich meine, das könnte jetzt theoretisch funktionieren. Okay. Da bin ich gespannt. Oh mein Gott. Okay, nice. Ich kann die Wand weg sprengen. Das ist perfekt. Okay. Finde ich nicht so geil. Ich schieße jetzt auch wieder. Ich hoffe, dass die Kanone wieder in die Luft geht. Okay. Entschuldigung. Ich glaube, es ist geflogen, oder? Nein, ich bin so ein Idiot. Aber es ist nicht geflogen. Ey, nein. Ich wollte in der dritten Perspektive gucken, wo es hinfliegt. Und bin dann rote gecharmed. Ey. Warte. Warte. Ey, kann das sein, dass jetzt wieder alles weg ist? Lass mal es mit Gameboot hinfliegen. Warte, ich nehme mir einen Wassereimer rein für MLG, falls das nicht funktioniert. Dann würde ich sagen, gehen Sie ins Welter. Ja, ich bin ready. Bist du ready? Ja, ich habe schon geschossen, Mann. Oha. Meine hat wieder nicht funktioniert. Anzeige ist raus. Ja, nice. Das war es mit meiner Kanone. Also meine funktioniert. Ja, die wird nichts von meiner zerstören. Ja, von deiner Kanone nicht. Ja, das ist klar, Mann. Ey, nicht von meiner Kanone, von meiner Insel. Von der Insel auch nicht? Fliegt nicht so weit. Was fliegt nicht so weit? Ey, das landet davor, oder was? Ja. Und explodiert davor. Also, würdest du weit fliegen? Hm. Ja, es hat jetzt ein bisschen was von der Unterseite zerstört. Zwei, drei Blöcke. Aber das war es. So, warte. Dann machen wir es nochmal. Stirrt, Mann. Er ist unter die Map geflogen. Ja, ja, moin. Meine ist down. Nice! Okay. Ich will zeigen. Wir haben jetzt beide nicht so viel zerstört. Also, ich habe schon einiges zerstört, muss ich sagen. Nein! Da kann man nicht bauen! Ha, bist du tot? Ja, aber nein, kann ich auch nicht mehr weg. Haha! Ja, Mann, was ist denn das? Da kann man einfach nicht bauen. Ich bin einfach runter geflogen. Ich würde sagen, jetzt habe ich gewonnen. Ich würde sagen, ich nehme eine andere Map planes. Ja. So, diesmal alles offen, was man baut. Ja, perfekt. Ich habe keine Ahnung, was ich bauen werde. Ich hoffe, irgendwas was schnell funktioniert. Wow, GG. Das ist gut für mich, weil ich kann jetzt feuern. Was? Du kannst jetzt schon feuern? Dein Ernst? Ja, Mann. Chill doch mal, ich will auch fertig bauen. Ich lasse dir keine Zeit, Mann. Scheiße, Mann. Entweder du gehst down oder ich geh down. Ich hoffe, du gehst down, Mann. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Nein! Ich geh echt down! Obwohl... Noch nicht ganz. Ich habe mich mit MLG Water retten müssen. Oh, nice. Ich habe meine Kanone dabei zerstört mit dem Wasser. Ja, nice. Ja? Gut. Ich glaube, gut. Okay. Ja, Mann, ich habe halt alles zerstört. Ist nicht so optimal. Nein! Ich muss mit Wasser wieder retten. Nein! Meine ganze Kanone ist down. Lol, wie du fliegt, bist du jetzt tot? Game up, game up! Oh, nein, nein. Digga. Ich bin im Wasser. Meine Kanone ist halt broke. Digga, ich bin bis ins Nirvana geflogen. Ich habe es gesehen, Mann. Ich zünde jetzt. Warte, lass mir doch kurz eine Chance. Nein, nein. Pest. Oh, das könnte echt gut werden. Das könnte gut werden. Ja, nein, sie hat geschossen. Oh! Meine funktioniert. Was ist da los? Hätte ich nicht gedacht. Komm, Kanone. Du es. Vernichte ihn. Oh mein Gott. Okay, ich glaube, ich brauche weniger Ticks. Es muss schneller explodieren. Oh mein Gott. Zwei weg. Das ist so... Nein, Mann. Das ist so los. Komm, 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 komm. Tu es. Irgendwann muss das da durchgehen und dann vernichte dich meine scheiß Kanone. Jetzt. Oh, du bist tot da. Komm. Ja. Hat schon was zerstört? Ne. Ne. Nicht mehr lange. Nicht mehr lange. Jetzt bist du da und safe code. Ja. Oder? Hey, du stehst zu weit jetzt. Oder was? Ich habe zu viel Power. Nice. Das ist... Genau so. Okay. Ich habe jetzt sechs Dispenser weggegeben. Zündung. Komm, 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 komm. Lass dir noch Zeit. Ich muss sie nur mehr mit T-T... Hey, warum ist meine Kanone so krass, Mann? So krass? Ja, die schießt zu weit. Die schießt so nichts durch Scheiße, oder? Komm, jetzt weniger Dampf, bitte. Es gibt es nicht. Was hat denn die Kanone gegessen, Mann? Ich weiß es nicht. Aber ich habe meine gleich wieder aufgebaut. Ja, nicht zerstören deine jetzt. So sieht es aus. Komm, das muss jetzt wenig TNT sein. Boom. Ja, 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 das ist perfekt. Oh Gott. Du hast mich fast gekillt. Ich habe dich fast gekillt. Du bist jetzt down. Komm. Ich bin weggelaufen. Oh mein Gott. Hat sie schon was zerstört? Ja, wenn sie einmal schießt. Aber deine ist jetzt tot. Jetzt ist sie tot. Ich bin mir sicher. Nimm einen. Doch. Ich habe abgedrückt. Ja, ja, ich auch. Nein. Oh mein Gott, du bist down. Nein. Du bist down. Meine Kanone. Sie ist tot. Meine ist auch tot. Nein, nein, nein. Wie lächerlich. Es war zig. Oh mein Gott. Meine hat so perfekt getroffen, oder? Digga, ich habe gezündet. Mein Schuss ist weggeflogen und irgendwie ist TNT von mir nach unten gedroppt. Ich habe MLG Water gemacht und neben mir lagen TNT. Ich gedown. Oh mein Gott. Meine Kanone hat vor allem überlebt, Mann. Du bist so kassiert. Wie konnte deine Kanone noch schießen, Mann? Ich habe direkt getroffen. Nein, du hast zu hoch geschossen. Oh mein Gott. Das ist so gut von mir. Ich würde sagen, ein Battle geben wir uns noch. Was machen wir da für eine Kanone? Was für eine Limitierung? Ich würde sagen, wir nehmen Jungle. Finde ich nice. Okay. Ich gehe Team Blau. Aber was für eine Kanone? Ich bin fast down. Ich würde sagen, wir dürfen einfach beide wieder eine Kanone bauen. Aber es muss eine andere sein. Okay. Obwohl, ich habe eine perfekte Idee. Ich weiß, wie ich dich direkt vernichten werde. Wirklich? So Leute. Old, but good. Old, but good. Old, but good. Old, but gold heißt zwar. Okay. Der frühe Fuchs fängt den Storch. Alles klar. Okay. Ich würde sagen, ich feuer einfach. Ja Mann, du bist schon fertig. Alles klar. Und Schuss. Upsi. Geht ein bisschen beiß. Du kannst ja zwar nur ein TNT schießen, aber wenn dich das trifft, ist doch auch gut. Komm. Ey Mann. Wie viel Power hat das Ding? Was hast du denn für eine billige Kanone gebaut, dass du sofort fertig bist? Absolut die billigste, die geht. Ja, wir schießen weiter. Oh lol, meine Kanone. Bitch. Habe ich getroffen? Ja Mann. Nice. Ich habe meine gerade zerstört. So ein Shit. Ja, er verdient. Meine ist komplett down. Ja, ich habe gerade quasi schnell Feuer drauf gemacht. Geil Mann. Finde ich nicht geil. Warum? Ich teste meine jetzt. Ich gehe mal kurz in Game Mode wieder raus. So. Aha. Komm schon bitte. Ich schieße das nicht so geil. Ich bin zehn. Oh, jetzt wird es gefährlich. Ich glaube, ich muss jetzt auch wieder schießen. Warte. Ich schieße noch mal zu. Okay. Ah, ist ja keine Gefahr hier. Aber ich zöhne jetzt auch mal wieder. Ne Mann, warte noch. Warte noch. Du störst jetzt meine Mann. Ne, eine Sekunde. Ich muss da noch was machen. Das ist jetzt eine Verteidigung. Ne. Da kommt eine zweite Schicht drauf. Obwohl, vielleicht ist es auch nur die Verteidigung. Man weiß es nicht. Schnell Wasser. Überall draufgeklatscht. Alles klar. Ja. Perfekt so. Feuer Bitch. Ich kann die Sand auch schießen. Ich habe eine Hybrid-Kanone geballert. Was? Ich gucke jetzt mal zu, wie der eins da fliegt. Hello. Jetzt schieße ich wieder. Zeig dir wieder Post. Okay. Schau kacke. Ich habe verkackt. Eine Modifikation. Doch. Es hat perfekt funktioniert, Mann. Nein, Mann. Du zerstörst meine. Ja, Mann. Genau so. Komm. Schuss. 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 Schieß schneller. Lächerlich. Komm. Oh, dann geht sie down. Komm. Geh down. Du gehst sie down. Nein, ich geht nicht down, Mann. Bisschen kreativ, Mann. Das ist cheat. Cheaten. Ich so keine cheat. Oh. Der Shot war perfekt. Finde ich jetzt nicht okay. Finde ich absolut nicht okay. Das wars mit der Weiten, Mann. es fühlt sich gut an mann vielleicht gar nicht eine spur höher in kamin komm das ist nicht mal die kurz fertig bauen du hast immer nur die gleiche kanone jetzt lass mal kurz dass man kurz dass man kurz wenn ich wollte da enthält man jetzt in die luft geschossen weil es ein bisschen viel power ich brauche mehr power ich habe zu viel power faktor hat mein sinn guck dir das an das ist der mini furzer 2000 jetzt rechtlich so jetzt wirst du sehen wie du weißt die kann guck dir das an mini furzer go da ist das genau die wand hatte man ja da kann man mehr power machen jetzt mit furzer 2000 let's go gut ist der mini furzer mein insel also man kann andruck an anschub von bis zu drei tnt machen ob man kann bis zu zwei tnt schießen hatte ich kann den noch erweitern mache ich mal kurz da gehen wir noch tnt rein ich habe nicht mehr so viel tnt tag so jetzt kann er vier tnt schießen mini furzer let's go das ist er guckst du an wunderbar das stört gar nichts von dir oder war die insel oben die kanone zerstört an sich ist raus ich weiß was für eine kanne du hast die factions kanone ich hab da hier schmidt multi feuermann ein knopf drücken und dieser dreimal geballert genau genommen habe ich drei kanonen gebaut okay wie wir seine einfach mal der maul halten wie war das man muss verschiedene kanonen bauen er baut dreimal die gleiche hin aber es ist eine andere nicht die gleiche wie vor und ich habe die teilweise erweitert einmal habe ich hier mit dispenser gemacht einmal ohne das heißt das sind theoretisch zwei unterschiedliche kanonen okay und einmal sind die repeater auf der linken seite und das andere mal auf der rechten das heißt es waren auf jeden fall drei verschiedene kanonen guck rot hat gewonnen ich würde sagen das war es mit dem oh gott die scheiße man nicht das war es mit dem anfangsraum warum war hier so viel thema aber ich würde sagen das war es auf jeden fall war ein geiles bett ich muss sagen die map fast perfekt dafür hat bock gemacht und ja wenn du hast du noch was wieder gewonnen bis morgen ciao